Hi! Boah, hi! Steig ein. Okay, wir sind doch im Casino direkt. War noch nicht ganz direkt. Okay, fahren wir jetzt mit dem Roller rein. Wir kommen direkt dahin. So. Vielen Dank. Impfkontrolle. Ich bin schon drin. Hi. Hi. Alter! Das Auto gewinnen. Das ist so ein Bugatti, oder? Boah, der sieht echt heftig. Also die Farbe irgendwie nicht, aber... Und die Räder... Das schwarze sieht geil aus. So lange nicht so, aber... Finde ich auch nicht. Aber das Auto an sich ist nice. Oh ja! Oh ja! Komm, das gewinnst du jetzt. Das wär krass. Komm, komm, komm. Das Auto. Heute das Auto. Ja, komm. Heute das Auto, sagst du? Ja, 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 ja. Safe. Safe? Ja, ich sag safe. Okay. Digga! Mit Ansage! Mit Ansage! Mit Ansage! Geil! Jawoll! Digga, ich dreh nicht mal mehr. Safe! Lass einfach ne... Alter, guck, wie es da hinten das Konfetti macht. Alter, geil! Für dich! Alter, lass direkt ne Runde mit deinem Auto drehen. Hey, mir wurde gesteckt, dass du... Dass es einen Gewinner gibt. Glückwunsch! Schickes Gefährt. Ich trink schon einen. Nice! Das wär jetzt... Alter, wie geil! Mit Ansage! Nee, nee, leider nicht. Leider nicht. Schau. Ja, vielleicht so. Ganz unten ist das Auto bei mir. Scheiße. Alter, ich freu mich richtig. Wirklich? Das Clothing hat sich gelohnt. Alter, du hast recht. Die Prozente, man. Ich glaube, das ist sogar ein Auto, was man benutzen kann für die Stuntrennen. Oh, nice. Wenn du willst, können wir jetzt noch Tune gehen und dann Stuntrennen machen. Können wir, Digga, warum nicht? Klingt doch nur ne'n Plan. Dann ziehst du mich komplett ab. Du wirst mich im TikTok sehen. Ich auch, ja. Oh! Hast du das Auto schon bei dir in der Garage? Ja, das ist bei mir im Eclipse Tower. Ah, echt? Fahren wir kurz hin, oder? Mach eine Abkürzung. Okay. Gegen die... Das ist so unrealistisch. Neue Abkürzung. Der Eclipse Tower ist der Ort, wo wir sonst immer bei dir sind, oder? Genau. Deine Wohnung im Prinzip. Okay. Es kann aber sein, dass das Auto noch nicht da ist, sondern erst geliefert werden muss. Dann müssten wir noch ein bisschen warten. Aber schauen wir mal. Da ist er. Alter. Ist er da? Ja, guck. Oh. Er hat ihn einfach gewonnen. Alter, krass. Nice, Digga. Das sieht heftig aus, Mann. Lass das Fahrrad nehmen. Digga. Okay, komm mit. Wenn du willst, fahr du die erste Runde. Ja, ich kann ja nicht einsteigen. Ach so. Du musst erst einsteigen. Ne, ne, ist dein Auto. Fahr du, fahr du. Lass direkt zu einem Los Santos Customs gehen, oder? Du darfst fahren. Ne, du darfst fahren. Du hast die Ehre. Du darfst fahren. Genau. Setz dich rüber. Ne. Genau. Setz dich rüber. Nein, nein. Ich will das nicht. Steig ein. Ne. Du darfst fahren. Steig doch ein. Steig ein. Nein. Fahr bitte. Fahr doch damit. Zerstörs nicht. Okay. Alter, aber hast du gerade gehört? Hast du gerade gehört, wie krass der Motor... Alter. Alter, schon geil. Boah. Alter, mit der Flamme da hinten noch. Der ist nicht schnell. Der wird jetzt schnell gemacht, Sascha. Stimmt. Okay, ich markiere dir was. Ich glaube, der hat eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Aber nicht so kur. Ich glaube, der hat keine so krasse Beschleunigung. Aber der Motor klingt schon nice, Alter. Was gibt es da zu trinken? Nice, Alter. Wasser. Mit Sprudel. Ah, ich kann es nicht modifizieren. Es gehört einem anderen Spieler. Ich drehe auch noch mal eine Runde. Okay, mach das, mach das. Einfach schon vorne kaputt. Das ist ja dein Auto. Das ist ein Bugatti-Verschnitt, oder? Würde ich jetzt sagen. Ich glaube auch. Lass, wenn du ihn aufgetunt hast, gleich mal auf einer geraden Strecke testen, welcher von unseren Sportwagen schneller ist. Schneller? Und sonst ist der Autobahn. Genau. Und dann können wir ja schauen, dass wir die Stuntrennen machen. Alles klar. Ich hoffe, dass es den dort gibt bei den Stuntrennen. Ja. Du bist bei mir voll durchgeglitscht. Geglitscht. Ja, die Tür war bei mir noch zu. Ah, lol. Du bist einfach dagegen gefahren. Nice, Digga. Oh, schade. Okay, was... Alter, sieht schon böse aus, finde ich. Was wir machen mit dem Auto? Gute Frage. Auspuff. Ja? Was für einen Auspuff machst du? Ich kann nur den? Ja. Oder den? Ich finde den cooler irgendwie. Ja? Oder? Was meinst du? Okay. Das ist dein Auto. Du musst es wissen. So, was ist denn wichtig? Eine Panzerung? Ja. Auch gepanzerte Reifen darfst du nicht vergessen. Stimmt. Xenon? Alter, die Lichter sehen heftig aus. Okay, gekauft. Dann wieder die. Neon Kids. Ah, ja, stimmt. Ach so, Bodenbeleuchtung, oder? Die Bodenbeleuchtung. Das sind vorne, hinten, Seite und so. Ah, ich muss alles kaufen. Ja? Was für eine Farbe? Willst du es orange lassen? Ne, gell? Das ist eine gute Frage. Am besten machen wir erstmal... Lass erstmal... Ja, bevor du die Farbe für die Bodenbeleuchtung machst, mach erstmal die Farbe für das Auto selber, oder? Ne, aber. Eine passende Bodenbeleuchtung. Alter, grob. Kannst du das? Kannst du dir nicht kaufen, oder? Ne, leider nicht. So sieht es auch geil aus. Oh, das sieht edel aus, Alter. Das ist so Bordeauxrot, gell? Das ist Sonnenuntergangsrot. Das hat auch... Oder willst du Sonnenaufgangsorange? Ne, das ist so... Oder Gnadenrot. So ein dunkles Rot ist schon cool. Ja, das war echt geil, gell? Oh, weiß. Oh ne, Diamantblau. Ah, ja. Ja, das ist so ein Blauschimmer hat das. Das sieht auch richtig cool aus. Also ich glaube, ich nehme den hier. Ja, sowas, genau. Wobei, das ist Diamantblau. Ja? Ja. Findest du mich? Sag mal ehrlich. Doch, kannst du machen. Ja, dann nimm das doch. Okay, nehmen wir das dann. Dann haben wir fast die gleichen Autos. Ist so. Äh, was war es jetzt noch? Was wir... Die Untergrundbodenbeleuchtung. Also die Neon... Wo, wo machen wir das nochmal? Neonlichter. Das war relativ weit oben, glaube ich. Wir hatten grün, gelb. Goldene Dusche. Golden Shower. Alter, das ist gelb. Orange. Rot. Äh, das passt nicht zu dem Blau. Blau oder Weiß. Fand ich ganz, ganz gut. Ja, standardmäßig. Blau passt zu dem Emblem vorne. Wollen wir dann hier? Elektrisch-Blau. Das ist ein bisschen heller. Das ist ein bisschen heller, ja. Nehmen wir das. Das passt auch zu den Xenon-Scheinwerfern gut. Stimmt. Ja, okay, nice. Kann man machen. Okay, das wär's. Okay. Krass. Perfekt. Oh, ja. Das macht schon einen Unterschied, Alter. Das macht schon einen heftigen Unterschied. Oh, Alter, okay. Ich weiß nicht, ob ich eine Chance hab. Also, bei Tempo ist er fast ganz voll. Ziemlich gut, ja. Okay, ich fahr nicht zu dir. Okay, ich fahr nicht zu dir. Oder... Ah, stimmt, du kannst ihn rufen, ja. Der ist geparkt beim Casino, ja. Ich hol ihn mal, ich ruf ihn mal. Ah, warte. Ich fahr zum Casino. Ja? Okay. Das Schlechteste, was mir passieren konnte. Ein Auto, was ich komplett Geld ausgegeben hab. Ja, ist so. Das beste Investment. What? Du zerstörst einfach. Necke, guck mal. Hup mal. Ah, du hast noch die normale, stimmt. Ja, stimmt. Aber hab ich ja auch, glaub ich, oder? Die Hupen sind so teuer. Ja, die sind abartig teuer. Tot. Ja, klar. Ja, klar. Wenn du jetzt rechts reinfährst. Ja, genau. Auf den großen Parkplatz. Aber direkt rechts. Warte, ich kann auch aussteigen. Hier grad um die Ecke. Genau, hinter dir. Okay. Ich bin gespannt. Deine hat auch richtig böse Auspuff, Dinger. Weißt du, wie du das machen kannst? Du musst die ganze Zeit die Handbremse gedrückt halten und immer vom Gas drauf und nicht die Scheibe einschlafen. Und dann die ganze Zeit... Wie, kann ich die Handbremse? Also mit R1, R1 gedrückt halten und dann immer R2 kurz antippen. Achso. Okay, suchen wir... Warte, hier können wir doch direkt runter, oder? Am besten hier. Folge mir. Ich folge dir. Deine sieht schon krass gut aus, finde ich. Alter, wie viel Glück wir haben, Alter. Ist so. Einfach beides so ein Auto gewonnen. Nicer Drip. Du hast die Kontrolle verloren über mein Auto. Mit dein Leben. Okay, wir können grad hier runter. Okay. Aber lass gleichzeitig starten. Okay, okay, okay. Okay, bist du bereit? Siehst du das rote Auto, das dicke, rote Auto, was jetzt gleich kommt? Hinter uns, oder was? Ja, die G-Klasse, rote Auto. Ja? Wenn das durchfährt, fahren wir los. Okay. Alter, okay. Er zieht einfach kurz davon. Digga, sind wir gleich schnell? Ich glaub' ja, oder? Du bist ein bisschen schneller. Sicher? Ich mach' dir Platz, ja. Du bist schneller. Aber minimal nur, Alter. Richtig. Oder gibt's Windschatten? Nee, das gibt's nur bei Rennen, glaub' ich. Ja, du bist minimal schneller. Aber echt nur wenig, wirklich wenig. Das Jack- Woah! Was? Was ist hier los? Ich hab' vorweg, vorweg, schnell. Probier's. Der hat auf uns geschaut. Hilfe! Mein Auto ist gefahren, Sascha. Ich schau' einfach nur so zurück. Boah, Alter. Ich muss flüchten, Sascha. Schießt der auf dich? Ja. Oh je. Soll ich umdrehen? Mhm. Okay. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Scheiße, ich hänge fest. Hä, ich sehe den aber auch nicht auf der Karte. Richtig komisch, gell? Mhm. Du bist ziemlich nah. Ja. Okay, ich habe es. Ja, das war's. Nero ist. Nice, nice, nice. Hast du den Jet abgehängt? Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht beurteilen. Also, er hat mich nicht getroffen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen auf der Karte. Okay, auf der Karte ist er hier. Er ist in der Mitte. Oh ja. Er fliegt jetzt über den See. Ich sehe es, ich sehe es. Ja gut, machen wir das Sandrennen, oder? Ja, Mann. Dann sehen wir uns dort. Ich glaube, der kommt. Sicher. Komm, wir fahren mal hier lang. Nur noch kurz, okay? Der Zug. Lass auf den Zug. Mit den Autos. Das ist unmöglich. Nichts unmöglich. Toyota. Hast du es geschafft? Nee. Lol, Alter. Aber fast. Ich habe echt kurz gedacht. Komm, wir jumpen auf den Zug. Okay. Von hier aus können wir es schaffen. Boah, ich bin gegen den Baum gefahren. Aber der hat so hohe Waggons fast nur. Der hat einen Waggon, wo wir gut drauf landen können. Hier, jetzt. Okay. Hier, siehst du es? Ja, ja, ich sehe es. Oh. 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 Und du? Nee. Moin. Es gibt doch hier irgendwo Brücken, oder? Da kann man doch sicher hoch. Und dann einfach runterfallen. Ja, genau. Guck, dieser eine Waggon hier links oder rechts. Ja, stimmt. Ich habe es gesehen. Ich schaue mal, ob er hier in irgendeinen Tunnel reinfährt vielleicht gleich. Dann können wir von... Ah, mein Auto wird gerade zerstört. Wie? Äh. Wie zerstört. Ach so. Der ist eingequetscht in den Busch. Jetzt vielleicht. Guck hier. Hier, meinst du? So. Nee, niemals. Oh, du schaffst es vielleicht. Nein. Oh, nein. Es war so knapp. Meinst du, das können wir schaffen? Ja, komm. Das schaffen wir locker. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Oh, Mann. Das war echt knapp. Wenn man Milliardär ist und lange weiter. Wenn man mit teuren Autos auf Züge springt. Warte, fährt er da nicht in den Tunnel rein jetzt gerade? Sind wir so dumm? Ich guck mal. Ich fahre schnell vor. Oh, ich werde zerquetscht. Oh. Alles gut, Sascha. Ja. Moin. Moin, moin. Oh, scheiße. Oh, Alter, was für ein Flip. Er fährt den Tunnel. Er fährt den Tunnel. Lass das schnell hoch. Man kann nicht hoch. Doch. Da ist eine Absperrung. Als ob. Ja, doch. Doch. Komm still. Ja. Alter, er ist direkt da. Er kommt, er kommt. Ich bin oben. Ich bin oben. Ja, ja, ja. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Okay. Versuch's, versuch's. Nein. Nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Okay, du weißt, was das heißt. Nein. Alter, was ist es knapp. Komm schnell mit. Scheiße, komm mit. Ja, ganz schnell. Wie weit ist der Tunnel? Ist der noch weit, oder? Ich bin immer noch im Tunnel. Ich hab den Zug schon lange überholt. Okay, ich seh's Ende. Ich bin jetzt neben dem Zug. Ah, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Oh je, ist das scheiße. Das ist absolut scheiße. Nee, auch. Man kann nicht richtig hier springen. Oh, scheiße. Ich komme hier nicht hoch. Ich seh ihn. Er kommt, er kommt jetzt. Er ist halt auf der anderen Seite. Nein, auf dem weiteren Gleis. Oh. Ah, schade. Ah. Lol. Lol. Hast du's? Ja. Weißt du wie? Wie? Ich wurde komplett zerquetscht einfach. Und dann oben drauf. Guck mal, wie ich draufliege. Ich komme, ich komme. Alter. Als ob du's geschafft hast, dadurch. Durch Bug-Using. Nein, ich rutsche runter. Nein, nein, nein. Nein, ich bin wieder trunken. Ich hab's nicht gesehen. Ist nie passiert. Du hast es nie geschafft. Ach, Mann. Theoretisch hier, ja. Aber, ja. Scheiße. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Oh, oh. Scheiße, Sascha. Leon, wir könnten's hier. Komm mal mit, komm mal mit. Das war's. Schau mal, wo ich gelandet bin. Der Zug ist schon da im Wasser, gell. Ja. Nein. Komm rein, komm in mein Auto. Okay. Hinterher, oder? Ja, jetzt ist er so die spawned, gell. Ah, nee, da ist er. Das könnte was werden. Jetzt. Jetzt. Drüber gesprungen. Scheiße. Komm, wir versuchen es doch einmal so. Okay. Auf der anderen Seite des Tunnels vielleicht. Da kannst du auch von oben drauf. Ist vielleicht sogar besser. Geh von, äh, richte dich gerade aus. Dann fliegst du auch nicht drüber. Genau, und ich glaube, er ist auf der Seite, gell? Ja. Okay. Ich hör was. Ja? Bin dir sicher? Ich glaube, das ist nur Wind. Wird's mal kurz gucken, gell. Okay. Doch, jetzt. Okay, sicher? Mann, er ist draußen bei mir. Scheiße. Das wäre die beste, das ist, glaube ich, die beste Position, die wir bisher hatten. Ich glaube, der ist die Spont. Scheiße. Jetzt kommt der so, gell? Genau, beide nicht im Auto drin. Was tust du? Was hast du getan? Hä? Nichts. Das ist nur an, wie sie in die ganze Zeit. Ach so, das sah so komisch aus von der Seite. Der Zug. Nein. Scheiße. Oh. Ich komme hier nicht runter. Bist du im Auto? Ich bin im Auto. Er kommt hier, andere Seite. Scheiße. Ich versuche, drauf zu jumpen. Okay. Oh. Nein. Komplett daneben. Aber es ist ein anderer Zug. Der hat viel mehr diese Teile. Komm, steck ein, steck ein. Oh, scheiße. Fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter. Fahr weiter. Steck ein, schnell. Sorry. Alter. Steck ein. Oh, Alter. Nister Stunt, aber. Und, und? Da, da, da. Ich bin zu früh. Du kannst es nochmal probieren. Ja, ja, ja. Jetzt musst du schnell machen. Jetzt aber. Aber Dali. Aber Dali. Nein. Nein. Viel zu. Aber da. Ich mach mich doch doch. Oh. Nein, wie knapp. Alter. Oh, Mann. Der Driver war gut. Oh, hier, hier, hier. Oh. 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 Nein. Komm schon. Oh, was. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ja, Mann. Dann können wir ja jetzt ins Stuntrennen gehen. Ja, Mann. Okay. 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 Ab ins Stuntrennen. Ab ins Stuntrennen. Jetzt muss man nämlich hier lang. Aha. Geiler Stunt. Und dann geht es hier unten weiter. Und jetzt muss man hier abspringen. Okay. Ach, da hochklettern. Dein Ernst? Digga, wie lang geht das? Bist du runtergefallen? Alter, das war so knapp. Okay. Hier fighten wir. Oh. Nein. Oh. Ab ins Stuntrennen. Let's go. Was hast du? Hast du nicht dein eigenes? Doch. Ich habe genau das gleiche wie du jetzt. Warum? Weil ich aus Versehen eins nach links gegangen bin. Und dann war es sofort. Die haben jetzt alle ihre getunten Wagen wahrscheinlich. Scheiße. Kein Schnellstart hatte ich. Das ist echt gemein. Nee, du hast nichts gleiche wie ich. Hör auf, mich wegzudrängen. Oh, du Arsch. Als ob ich dich rausgedrängt habe. Nein. Nein. Digga, nein. Wie es aussieht. Nicester Stunt. Boah, ich bin perfekt gelandet. Ich leider nicht, aber ich bin... Was tut mir so leid, Leon. Aber es gibt hier keine Freundschaften. Nein. Hier geht es ums Gewinnen, oder? Welcher Platz bist du? Weiter tatsächlich nur. Okay, ich bin dritter. Ich bin direkt hinter dir. Kein Problem. Ja, hier geht es natürlich nur ums Gewinnen, Sascha. Nicht um Freundschaft, weil ich spucke auf unsere Freundschaft. Ich spucke auf... Welche Freundschaft? Okay. Aber ich glaube, unsere Wegen sind gar nicht so schlecht. Also den, den ich ausgewählt habe. Hallo. Moin. Schade, dass du nicht deinen eigenen Wagen genommen hast. Ja, Mann. Wir können ja gleich noch eine Runde machen. Ja, klar. Sehr gerne. Ich bin Erster. Echt? Ich bin Zweiter, ja? Jetzt bin ich Dritter. Hä? Ah, wahrscheinlich Anzeigefehler. Weil wegen Stuntrennen. Weil die Strecke so komisch ist. Alter, was passiert hier? Ich weiß nicht. Mega Looping. Boah, jetzt wird es richtig wild. Boah, Alter. Alter. Du musst wie so eine Warnung ins Video einbauen. Alter, wie geil sieht das aus? Das ist doch so ein Trend. Boah, Alter. Auf TikTok so Real Talk reden und dann einfach so ein Stunt stellen. Stimmt. Stimmt. Aber ich komme näher. Ich komme näher, Sascha. Du kommst näher, ja, leider. Aber nur minimal. Fünf Überholmanöver, hä? Alter. Was ist hier los, Digga? Was ist das? Boah, Alter. Boah, Alter. Nein. Ja. Ja. Nein. Digga, das ist ein richtiger Trip. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Wow. Alter, einfach über Maze Bank mit Feuerwerk. Ist einfach fast vor mir, Digga. Nee. Ich komme einfach nicht ran. Woran komm? Wir sind einfach gleich schnell. Die Stuntrennen sind schon was Nices. Alter, im Sonnenuntergang dann auch noch. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter, was ist hier alles los? Den habe ich gut bekommen, den Stunt. Ich auch. Ich auch. Runde 2. Oha. Oha. Wieder hier durch. Jetzt bin ich gut gelandet. Oh, Digga. Ich komme näher. Ich spucke auf dich. Tschüss. Du kriegst den Boost nicht. Ich habe es dann doch nicht. Nein. 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 Ich habe es auch nicht geschafft. Wie macht man Restart? Dreieck, Dreieck. Gedrückt halt. Ich wusste es nicht. Ich auch nicht erst. Ich bin Vierter jetzt. Oh Mann. Ich bin Vierter. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, dich rauszuhauen. Und dann sind wir einfach beide raus. Ich wollte einfach nur auf die gerade Strecke. Du kriegst den Boost nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Das waren deine Worte. Hier musst du bremsen. Du aber auch. Hier musst du bremsen. Wie er so plötzlich nah am Mikrofon ist. Ich hätte gewonnen, hättest du mir früher gesagt, dass Dreieck der Respawn Knopf ist. Ich wusste es doch auch nicht. Ich wusste es auch erst nicht. Ich wusste es auch erst mal probieren. Du hast es gedrückt und hast mir erst. Du bist schon lange respawnt und hast es erst dann gesagt. Nein, nein. Doch. Nee, während dem Respawn. Während dem Respawn. Ich habe erst Kreis gedrückt. Das stimmt, Alter. Dann kaufe ich dir ein ganz McDonalds Menü. Wow. Wow. Was hast du jetzt erwartet? Ja, das Auto in echt. Dann kaufe ich dir das Auto in echt. Wie weit bist denn du weg? Oh, du bist direkt hinter mir. Alter, okay. Ich will dich nur ablenken, halt dein Bein. Ja, ich merke es. Jetzt geht es gleich wieder über eine Mace Bank Tower. Let's go. Stunt Kamera. Scheiße, wie geht es? Kann man schießen. Ich bin Zweiter. Ich bin Dritter. Hä? Ist ja einer runtergefallen wahrscheinlich, oder? Aber den Ersten kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, leider nicht. Da ist das Ziel. Ich warte. Oh, schade. Ich wollte noch bremsen. Wow. Okay, aber Zweiter und Dritter. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wirklich für dieses Rennen, ob das ein neues Rennen ist oder ob das noch eins der alten Rennen ist. Aber ich glaube, das ist ein neues Rennen. Auf den hier war. Zweiter. Welches jetzt? Gute Frage. Kein Sprung zu weit. Okay, Autobahn, Autowahnkreuz wird's. Ja. Okay, Alter, es sind richtig viele drin. Und jetzt nimm deinen richtigen Wahn. Eins hab ich. Eins hab ich. Ich hab auch meinen. Okay. 12 Spieler. Ja, Mann, das wird interessant. Boah, Alter. Ich glaub, die haben alle ihre eigenen getunten Wägen. Denk dran, bei Go erst Start. Also erst zwei, eins. Dann hast du nämlich den Boost, den die anderen nicht haben. Alter, krass, ich bin sieben. Ich bin sieben. Dein Sprung ist zu weit. Alter. Alter, wie der einfach über mich drüber springt fast. Pass auf, Even Girl ist hinter dir. Ja, Alter, ich hab richtig Schiff gerade. Ich hab richtiges Adrenalin gerade. Boah, Alter, was passiert hier? Guck mal, wie die wegknallen an der Seite. Hilfe. Der eine hat über das schnelle Auto. Das muss getunt sein. Alter, der wo vor dir ist. Ja. Ich bin Zweiter, Alter. Noch bin ich Zweiter. Weiter, okay. Ich seh dich. Das ist der Krieger, glaub ich. So heißt das Auto. Das ist, glaub ich, das schnellste Auto im Spiel. Wenn der Level 600 ist, dann hat das komplett aufgetunt wahrscheinlich. Das ist schon wieder einer. Boah, Alter. Alter. Die rammen mich fast. Aber die sind nett. Alter, guck mal, wie die wegziehen. Die haben alle das getunte Auto auf höchster Stufe, Digga. Was bist du für ein Platz? Fünfter. Du bist der Hinterste. Ich seh das. Die ziehen alle weg, weil die... Oh nein, oh nein. Nein, fahr mir doch nicht den Weg. Jetzt überholst du mich gleich. Du bist direkt hinter uns, oder? Ja, da seh ich dich. Vierter. Alter, das ist ein spannendes Rennen. Ich muss mich richtig hinsetzen hier. Oh, mein Profi. Okay, Profi-Rennfahrer. Okay, das war das Erste, oder? Oh, nee, noch nicht. Oh, das war nicht mal die erste Runde, oder? Nee. Bammt, Alter. Da vorne... Ah, okay. Das ist die Erste, oder? Ja. Ich versuche Windschatten von dem zu holen. Digga, die haben alle die getunen. Nee, wir haben keine Chance. Aber es sind noch viele Spieler hinter uns auch, oder? 12 Spielen mit, glaube ich. Oh, scheiße, die Kurve habe ich schlecht genommen. Ich auch. Leider. Der zieht einfach davon. Aber da vorne ist einer, der irgendwie langsam ist. Mit dir kann ich locker mithalten, aber mit den anderen... Ja, aber mit den anderen nicht, Digga. Aber die sind echt nicht weit weg irgendwie. Nee. Aber sie sind halt trotzdem so ein Stück schneller. Scheiße, einfach dieses Auto. Ja. Der Autounterschied. Getunte Wegen aus, kannst du ja machen. Finde. Finde ich viel fairer. Oh, die haben einen Unfall gemacht. Zwei. Echt? Zwei haben einen Unfall gemacht, ja? Wenn ich die Kurve jetzt richtig nehme. Nein, der ist einfach in meinem Weg. Aber einen habe ich gut gemacht, einen Platz. Ich bin direkt hinter euch, Jungs. Aber es ist, glaube ich, der mit dem schnellen Wagen. Der zieht direkt an mir vorbei. Sogar beim Hochfahren, Alter. Komm schon, komm schon. Er landet auf mir, oder? Scheiße. Boah, Alter. Der hat mich jetzt aber weggedrängelt worden. Oh, dritter Platz. Scheinbar hat einer einen Unfall gemacht. Digga, wir schaffen das, Sascha. Wir besiegen die mit den besseren Wegen. Alter, ist der schnell. Ziel, Ziel. Dritter Platz. Ich bin draußen, Alter. Nein, als ob. Er hat mich noch gewendet. Nein. Sascha, komm, komm, komm. Alter, war der schnell. Du musst das Ziel schaffen. Okay, sechster. Okay, bin drin. Okay, nice. Boah, der hat mich einfach weggedrängt. Alter. Komplett schnell war der. Alter. Nice. Dritter. Nice, Digga. Du bist sechster? Ich bin sechster. Auch nicht schlecht. Nice, Mann. Oh, enge Sache. Ich hab wieder das genommen. Ah, okay. Interessant. Es war aber fast gleich gut, aber nicht ganz so gut, glaube ich. Das musst du auch gerade hupen. Ja. Bist du ganz vorne? Boah, Digga. Nice. Direkt wieder richtig einen Start hinbekommen. Alter, ist das schnell. Alter, hier wird man wieder weggeschubst, wahrscheinlich. Digga. Einfach Windschatten nehmen die bei mir die ganze Zeit. Alter, Alter, wie schnell ist das? Alter, aber was passiert hier? Wo sind wir denn? Alter. Eigentlich hab ich lieber Leute, die vor mir fahren, damit ich weiß, wo es lang geht. Das ist das. Alter, hat er mich weggebombt. Hab ihn runtergebombt. Na, ich hab ihn vom Motorrad geworfen. Ja, genau. Ich bin gegen ihn gesprungen und ihn vom Motorrad geworfen. Was bist du für ein Platz? Erster. Oha. Siehst du es im Chat? Ich bin dritter. Jetzt bin ich zweiter. Alter, wie aufregend das immer ist. Alter, was ist hier los? Wir sind Stangen. Achtung. Wie sie ist. Alter, wie alle so richtig nah aneinander sind. Was ist das für eine Map, Alter? Man fährt einfach so unter der Decke. Das sieht so aus, als wäre es falsch. Als ob wir irgendwo sind, wo wir nicht hingehören. Ja, ist so, ist so. Es sieht einfach nur falsch aus. Alter. Digga, die sind alle auf einem Fleck hier. Du hast mich gerade richtig gerammt. Warst du das? Ja. Ich brauche Windschatten, Windschatten, komm schon. Nein, ich habe den Boost verpasst. Yes. Du hast wieder Boost. Du bist Erster, gell? Noch bin ich Erster, ja. Aber es sind alle auf einem Fleck. Es kann jeder gewinnen. Digga. Ja, alle sind einfach vorbeigezogen. Jetzt bin ich Sechster. Alter, tut mir leid. Jetzt bin ich Sechster. Karma, gell? Fünfter. Du bist Vierter. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war schlecht von mir. Ich brauche Windschatten, komm, komm. Jawohl. Alter, die kommen ja entgegen. Ach, wir fahren aus der gleichen Strecke. Immer hin und her. Ja. Ah, das sind wir noch nicht aufgefallen. Ah, lol, was? Ja? Echt? Die kamen uns gerade entgegen. Die letzten Plätze. Die letzten Plätze. Der eine, der will alle weghauen. Welcher, welcher? Aus dem Weg, Jungs. Ich bin Erster wieder. Komm schon. Nein, bist du nicht? Da kommt er, Alter. Ich nehm deinen Windschatten. Ja. Danke. Boah. Komm, nehm deinen Windschatten. Digga, du ziehst gleich an mir vorbei. So übertrieben wahrscheinlich. Digga, dräng mich doch nicht ab. Du hast mich auch weggedrängt. Wo ist das Ziel, Digga? Stangen. Die Stäbe, die Stäbe wieder. Nein. Boah. Alter, das ist knapp. Digga. 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 Ich hasse es, Alter. Alter. Richtig Windschatten gesnackt, Sascha. Oh, du hast aber einen guten Abstand. Ja, okay. Jetzt nicht mehr. Wir sind einfach alle hier. Alter, wir haben es gleich geschafft. Ja? Tschüss. Wo? 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 Gleich geschafft. Digga. Digga. Es kann jeder gewinnen. Das ist das Problem. Das ist aber geil. Oh mein Gott. War ich das? Ich glaube, ja. Danke. Für nichts. Da vorne ist es hier. Nein. Fast noch Zweiter. Ich bin Dritter, Alter. Schon wieder? Oh, das war mal ein geiles Rennen. Das war richtig geil. Das ist so ausgeglichen. Ja, Mann. Und Glück. Es ist einfach nur Glück. Es ist einfach pur Glück. Du bist Dritter. Es hat jeder gewinnen können. Ja. Alter, der hat 32.000 bekommen für den ersten Platz. Was sind Werte? Shataro? Ja. Sind die doch besser, die Shataros? Nicht unbedingt. Komm rein. Stunge Schluchtfeld wird es scheinbar. Ich habe den Waagrand genommen. Ich habe den Desert Raid genommen. Okay, das ist super ausgeglichen. Also die haben irgendwelche Wegen genommen. Alter, der ist so groß. Der passt nicht mal auf den Bildschirm gefühlt. Go! Oh, nice. Das war wieder ein guter Start. Ins Game, Alter. Oh, die Kleinen haben, glaube ich, eine bessere Beschleunigung. Der eine drängt mich einfach weg. Ich habe mich weggepumpt, Alter. Nice. Boah, Alter. Was ist das für ein Sprung? Alter, wie die einen wegdrängen wollen. Du musst aufpassen, Leon. Ja, ja, ich habe Angst. Okay, Windschatten. Komm, Windschatten. Ich bin einfach über ihn gesprungen. Jawohl. Welcher Platz? Erster. Alter, ich rangele mich mit dem einen hier. Ich bin dritter. Ich sehe dich. Der hat den gleichen Wagen wie du. Nein, wir haben beide einen Unfall gemacht. Oh, was? Was passiert? Was ist jetzt einfach explodiert? Ich bin einfach komplett zum Schrauben. Alter. Alter. Du bist gegen mich gefahren und explodiert. Alter, scheiße. Das hätte die Führung werden können. Ja, hätte es. Hätte es echt. Einfach komplette Escalation, Alter. Boah, Alter. Ist es anstrengend hier, die Strecke. Einfach Offroad. Offroad, gell. Das hasse ich oft. Ich hasse es auch. So unberechenbar. Bis erster Platz und hast es. Alles klar? Ja, ja, ja. Aber ich komme nicht gut drauf, klar. Oh, no. Ich habe richtig bei der einen Kurve verkauft. Nein, ich bin umgefallen. Genau deswegen ist es anstrengend. Aber ich habe noch ein bisschen Vorsprung. Ich muss jetzt einfach keinen Fehler machen. Nein, ich bin auch umgefallen. Karma, Digga. Er lacht mich auf. Nein, ich bin umgefallen. Okay, hier geht es wieder zu einer relativ normalen Strecke. Okay, ich bin jetzt auch wieder bei der normalen Strecke. Okay, nice. Es sind alle ziemlich, ziemlich auf einem Fleck, glaube ich. Nee. Nicht? Nee. Also, ich bin jetzt Vierter und ich bin relativ weit weg von euch. Okay. Ah, ich habe Aufholen an. Ich werde überlangsam einfach. Ah, du hast Aufholen an. Weil ich Erster bin. Ja? Bin ich aber gut. Ja, ja. Das macht es spannender. Ja. Okay. Die kleinen Wegen aber, Digga. Oh, nein. Nein, die haben mich weggeräumt. Scheiße. Scheiße. Ich lieg einfach nur noch. Ich lieg einfach nur noch. Digga, gar keine Chance mehr. Mann, ich war die ganze Zeit Erster. Bist du aufgesprungen? Bist du schon wieder? Ja, Fünfter bin ich. Wo bist du? Ich bin Dritter jetzt. Okay, ich stehe wieder. Wobei, oh nein, wieder das blöde Aufholen. Digga, die haben mich einfach zur Seite gequetscht. Zur Seite mit deiner Großfamilie. Zur Seite mit dem Fettzeug. So sah es halt echt aus. Weil ich so das große Auto habe und die zwei klein. Oh nein, oh nein. Was ist passiert? Ist es immer noch die erste Runde? Ich glaube, ja. Alter. Oh shit, der hat mich weggedrängt. Du darfst nicht zu schnell fahren auf dem Offroad-Zoll. Was bist du? Fünfter. Okay, ich bin vierter. Da vorne bist du also, okay. Ja, das ist immer noch die andere. Ah, da vorne bist du. Pring, ich hatte es wieder hingehauen. Hi. Lass mich bitte einfach vorbei. Ja, alles gut. Ich mache diesmal nicht. Oh nein. Nein, ich muss zurückfahren. Ich muss zurückfahren. Weil ich dieses Ding nicht bekommen habe. So, jetzt. Okay, nice, nice, nice. Lass einfach zusammenarbeiten. Im Team. Im Team. Im Team. Okay, let's go, Leon. Wir können das schaffen. Fünfter und Vierter. Ja, ja, ja. So schlecht waren wir noch nie. Doch, also, das ist doch nicht schlecht. Ja, okay. Scheiße, scheiße, ich habe mich fast gedreht. Diese Wegen haben halt bei so einer normalen Straße, weil die so fett sind, also meiner, der legt sich so richtig in die Kurve und schleudert dann raus. Ja, bei mir auch. Aber du hast den kleinen, oder? Ja, ich habe jetzt tatsächlich den kleinen. Ich glaube, meiner funktioniert besser bei Offroad-Sachen und deiner funktioniert besser auf so einer normalen Straße. Glaube ich. Das kann gut sein. Stimmt, aufholen ist ja an, gell? Das heißt, wir haben noch eine Chance. Okay, da vorne habe ich auf jeden Fall einen Springen sehen gerade. Bist du hinter mir? Ja. Also, ich mache dir nichts. Ja, ja, ich mache dir auch nichts. Ich nutze aber deinen Windschatten, um, dass wir nach vorne kommen. Scheiße, du bist zu schnell. Du bist aus der Windschatten-Range raus. Okay, hier, Achtung. Jetzt kommt was Gefährliches. Ja. Und das ist immer noch Runde 1. Weiß ich nicht. Ah ja, doch, ich glaube, oder? Alter, als ob das so lang geht. Beendete das Rennen. Ah, okay. Scheinbar geht es nicht mehr so lang. Ich glaube, da vorne ist vorbei. Nein, du hast mich zerstört. Sorry, das war nicht mit Absicht. Das war wirklich nicht mit Absicht. Das war nicht mit Absicht. Du bist irgendwo gegengefahren. Nicht schlimm, Alter. Wir waren eh ziemlich nur noch alleine. Alter, das war schwer. Das war also ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, so gesehen. Also es war kein Runden-basiertes. Ja. Das war echt schwer. Das war anstrengend. Oh ja. Du bist Vierter. 13.000. Alter, nice. Nice. Wollen wir es an der Stelle belassen. Würde ich auch sagen, oder? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, Mann. Wenn es wieder heißt, Sascha und Leon zocken, irgendwelche GTA-Rennen oder einfach GTA generell. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst für den Algorithmus den Daumen nach oben da, Freunde. Yes. Damit YouTube uns auch mal rauspuscht. Und teilt das Video mit euren Freunden. Ist noch so ein Ding. Und Feinden. Und Feinden, bitte. Bro. Bro. Ciao. Ciao.